Hallo Leute, Andreas Mies hier. Zweifacher Grand-Slam-Sieger, French Open-Sieger. Ich habe eine Knie-OP gehabt vor vier Monaten und bin seitdem immer sehr viel hier in der Vacuum-Med-Röhre bei Rudi Weihergans in Düren und mache große Fortschritte durch diese Röhre. Und der Arzt ist auch sehr zufrieden und es geht ja bei mir noch um die Olympischen Spiele, um Tokio. Ich hoffe, dass ich noch daran teilnehmen kann Ende Juli. Es sind noch ein paar Wochen Zeit und hoffentlich verhilft mir diese Röhre und diese Art von Training, dass ich doch noch daran teilnehmen kann. Es wird sehr eng, aber ich tue mein Bestes und hoffe noch auf die Chance. Es ist wirklich ein tolles Regenerationstool, was man auf jeden Fall machen sollte, weil das die Heilung einfach extrem beschleunigt und macht's gut und vielleicht sehen wir uns bald. Euer Andi. Ciao.